. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. So, Martin, jetzt abgeschieben wir das ganze Tor? Ja. Das letzte ganze Tor. Ja, ja, ja. Dann hat das Ding gezündet. Also, Markus, hier oben ist auch nichts. Alles klar. Ich hab noch mal zwei Fenster aufgemacht. Jawohl, ich stand gut. Ich stand an der Wand. Ja. Okay, dann hier raus. Ja. Okay. 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 Okay.